Okay, wir gucken mal weit, wenn nicht dann. Gehen wir wieder raus. Ich hab die Mission schon wieder abgefüllt. Ja, 16 von 20 ist so schön. Das ist echt geil. So traumatisch ist es doch gar nicht. Warum sollte ich... Gut? Mir geht's gut? Das hat sich gelohnt. Wir nehmen Schaden. Echt viele Hexen, ne? Das gibt's doch nicht. Unmöglich. 17 von 20 ist okay. Hm, wir müssen trotzdem gleich nochmal andere Mission spielen. Oh, ich treffe irgendwas. Oh. So. So, ich wollte kurz sagen. Ja, gerätzt. Hier hat ein bisschen was gebracht. Aber... Den Event nichts. So schlecht war ja gar nicht mal. Ich hätte gedacht, ich los ja voll ab. Und die anderen kämpfen voll. Aber so schlimm war es ja gar nicht. Digger, die Ohren und die Augen sind überall. Ja. Minibus. Ja, okay. Ah, haben wir doch die Mission erfüllt. Nebelmonster fehlt uns zwei Stück, sondern haben immer noch dieses hier. Ne, gar nicht die Event. Hm. Muss das eigentlich in der 34er Zone sein? Ne, das sind nur die Nebelmonster. Gut, dann werden wir jetzt irgendwas in der Stadt spielen, damit wir diese andere Mission vom Event auf jeden Fall fertig machen müssen. Ich weiß auch immer nicht, was wir da suchen müssen. Aber das war ein Vororte. Dann eher die Stadt. Oh, das passt ja ganz gut. Hier kriegen wir auch Blaukaster-Tegels. Dann kriegen wir die Mission mit den Nebelmonstern auf jeden Fall hin. Komm her. So ein Nebelmonster, 19 von 20. Ah ja, die haben ja auch eben gerade keine gemacht. Ach so, die hat den Bär raus. Warum gehen die nicht hier lang eigentlich nicht? Das ist von mir nicht krank. Ne, tatsächlich nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich so gehen muss, ey. Ich war gerade draußen, frisch Luft geholt. Hier bin ich eigentlich auch nicht. Nur geschlafen. Ups. Ey, jetzt fred ich nicht, oder was? Jetzt wird's feurig. Und jetzt legt's, oder? Anti-brutale Taktiken. Halt, fang! Mh, ha! Ja, ja. Ja. Ja, ja. Was sind viele denn hier gelandet, ey? Schon wieder, ey, ne? Das war heftig viel, ey. Okay. Hm. Aber ich erinnere mich, dass ich das mit der Mission nicht finde, hier. Muss ich echt gleich nachgucken. Zum Abschluss. So. Ach, das stimmt ja nicht. Ach, das war die erste, wenn das stimmt ja. Hm. Hm. So. So. Hey. Hallo. Hey, das leckt! Oh, ist das zum Kotzen mit der Leute und ehrlich. Hey, die Granade ist echt Hammer. Ich nehme die. Die ist witzig. Weil man trifft natürlich. Halt auf! Die Festung wird angegriffen. Tö. Wie ist denn hier? Wirst du hier rumgeduldet, ne? Ja. Holen wir uns diesen Zermalmer! Jetzt wird's feurig! Das werden wir uns gewöhnt! Jo. Zwei Weeren hier. Ja, das Ding ist ja gerät, das brauchen wir ja nicht drüber sprechen. Brauchen wir auch nichts mehr machen. Ich könnte ja schon mal nachgucken. Ich muss gleich erstmal nach der Mission nochmal gucken. Wie das funktioniert hier mit diesem Scheiß. Ah! Die Hände mit meinem Zopf machen müssen. Tja, die Nerven schwitzt man doch noch mehr im Nacken. So wenig Punkte habe ich gekriegt. Obwohl ich... Ich weiß nicht. Bei so... Also bei Shooter Games wie zum Beispiel Battle Royale, Call of Duty, Multiplayer und sowas. Da kann ich das verstehen, warum man da der Beste sein möchte. Weil da geht's auch um Musik und so. Aber hier geht's doch um Strategie auch und... Wie spielt man das Spiel? Was? Ist alles, was ich krieg? Damit bin ich nicht zufrieden, ja? Ja. Brecheisen weg damit! Was sollen wir denn damit? Moment. Aber wenig Skizzen-EP, ne? Also... Ich bin hier, falls du Hilfe brauchst. Jetzt hab ich gar nicht in den Sammlern geguckt. Aber gut. Und falls du noch etwas Zeit übrig hast, könntest du ja frische medizinische Vorräte besorgen. Ja, wir machen das anders, wir machen... Ach. Hat doch schon jemand gemacht. Okay, wir gucken erstmal hier. Sammle vier Kisten medizinische Vorräte in 134. Passt das schon wieder? Ja okay, das wird er mir bestimmt aber anzeigen. So, Sammle Abschirmdaten. Vielleicht finde ich ja was dazu in YouTube, weil... Ich muss ehrlich sagen, dass... Wenn YouTube eigentlich sehr wenig beschrieben wird, überrettet die Welt. Also, obwohl es so ein... Komplexes... Spiel ist... Ja gut, ey, wir haben jetzt hier ein Video, was 37 Minuten geht. Das wollte ich mir jetzt nicht angucken, ey. What's going on? Ähm... Ja, vergesst doch nicht einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Das war's rum. Jo Leute, macht's doch. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Glocke nicht vergessen. Dann kriegt ihr auch eine schöne Benachrichtigung, wenn ihr das nächste Mal in meinem Video seht. Ist das nicht toll? Das ist toll, ne? Ciao! Bis zum nächsten Mal.